Mächtiger Vater der Götter. Lieber Vater, hier ist dein Sohn. Thor, mach mich zum Krieger, damit ich an deiner Seite kämpfen kann. Ich bin ziemlich stark und ich habe keine Angst vor Riesen. Also bitte, gib mir ein Zeichen. Dein Vater hat dir also doch ein Zeichen geschickt. Wow, ein Hammer. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Irgendwas dazwischen. Okay, und los. Voll daneben. Wir können froh sein, dass wir Thor und den göttlichen Schutz seines Vaters haben. Ja, wir müssen keine Angst haben vor... Riesen! Kämpfe! Ich werde nie ein richtiger Krieger. Erst wenn du lernst, meine Kräfte zu beherrschen, dann haben wir eine Chance zu gewinnen. Ich lasse meine Freundin nicht allein zurück in der Gewalt der Riesen. Seht nur, da ist Thor! Wer will uns alle retten? Sei unser Held. Das wird der Hammer! Ja! Tag nochmal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017